Sneaker Naga, der Marke Leiber des Mino in Weite H geschnitten, in vier Farben erhältlich. Das Obermaterial ist echtes Leder, gefüttert ist er mit echtem Leder in Kombination mit einem Stretch-Textil. Er hat ein wechselbares Komfort, Memo-Lattex-Fußbett mit Textilüberzug, Konform, wir haben eine Schnürung und einen Reißverschluss wie Absatzhöhe ist 3 cm, Sohlmaterial ist EVA in den Größen 35 bis 44, auch für unsere groß gewachsenen Darbel. Er ist Leder gefüttert, deine Füße schwitzen weniger, aber in Kombination im Zehenbereich vorne, innen, ist er nochmals mit einem Stretch-Textil gefüttert und hier haben deine Zehen die Bewegungsfreiheit und Spielraum, den sie benötigen. Das Fußbett kannst du herausnehmen, es ist ein toller Komfort und eben gegen deine eigene Einlage tauschen ist notwendig. Viele Damen brauchen ihre orthopädische Einlage und hier drinnen ist genügend Platz dafür. Und der Reißverschluss, der an der Außenseite angebracht wurde, schaut ja nicht nur schick aus, der hat ja auch eine Funktion. Denn die Schnürung stellst du dir einmal bequem auf deinen Fuß ein und schlüpst dann ganz unkompliziert mit dem Reißverschluss rein und wahrscheinlich nicht mehr raus, weil der so bequem ist. Besonders wichtig bei den Snickern finde ich schon ist das Sohlendesign und das gefällt mir wirklich gut. Die weiße Sohle bei dem Snicker Nadia harmoniert perfekt mit jedem Outfit und mit der sportlichen Sohle mit einem Absatz von drei Zentimeter wirkst du auch graziöser. Also wir freuen uns auf den Sommer und auf unsere Kunden, die unsere wunderschönen Snicker Farben und das bequeme Leben und lieben. Schick uns gerne ein Snicker Foto von dir. Wir freuen uns auf dich. Eure Bicke